Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das lang ersehnte Altcoin Update, sag ich mal, also das ausführliche Altcoin Update, weil doch immer viele gefragt haben, hey Manu, welche Altcoins kaufst du jetzt mal vor allem? Wo kaufst du die Altcoins? Warum kaufst du genau an diesem Punkt? Das werden wir uns heute alles ganz genau angucken. Also ich habe eine Menge, Menge Altcoins vorbereitet, beziehungsweise für meine Verhältnisse finde ich es eigentlich schon viel, weil ich gesagt habe, okay, ich reduziere eigentlich mein Altcoin Portfolio. Ich glaube, wir sind so bei 10 Altcoins. Also ich gucke immer so ein bisschen runter, weil da mein Handy liegt, weil ich mir das alles mal ein bisschen aufgeschrieben habe. Kann auch sein, dass da 1, 2 Altcoins dann fehlen. Aber gut, wir machen das jetzt Step by Step. Also ich würde sagen, wir fangen ganz normal mit den Altcoins an, die ich jetzt kaufe. Wir sind meistens auf dem Daily Chart unterwegs, weil man da einfach die besten Zonen, sag ich mal, erkennen kann. Und dann gehen wir am Schluss noch in die Low Caps rein. Low Caps sind vor allem für meine Verhältnisse, sag ich jetzt mal, so zwischen, ich sag jetzt mal 0 und 50 Millionen Market Cap müssten, glaube ich, jetzt die ganzen Altcoins sein. Also 50 Millionen ist, glaube ich, schon der Größte dann. Werden wir auf jeden Fall am Ende des Videos nochmal näher drauf eingehen, welche ich da kaufe. Vor allem auch, wo ihr die kaufen könnt, ist ja auch ganz wichtig, weil es gibt so viele Exchanges. Dafür gucken wir uns dann auch natürlich noch Coin Market Cap an, wie viel Market Cap und sowas schon dahinter steckt, wie viel Potenzial vielleicht auch noch dahinter ist. Werden wir uns jetzt alles auf jeden Fall in dem heutigen Video angucken. Die Links zu den ganzen Börsen sind unter dem Video, habe ich jetzt alle mal aktualisiert, damit ihr auch wirklich für jeden Altcoin, wenn ihr überhaupt Interesse habt, die zu kaufen, die richtige Börse dazu habt. Ich werde das natürlich auch noch dazu sagen. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich das jetzt einmal im Monat mache, dass wir jeden Monat mal, keine Ahnung, einen fixen Tag machen oder einmal im Monat auf jeden Fall, um zu sagen, okay, wir updaten das jetzt einfach mal. Okay, was ist aus den Altcoins geworden? Habe ich neue Zukäufe gemacht? Habe ich vielleicht sogar was abgestoßen? Weil Strategie habe ich auch ein bisschen geändert, muss ich schon sagen. Ich meine, es ist mein erster Bärenmarkt eigentlich so richtig, jetzt mal abgesehen von denen, wo wir schon mal auf 30k unten waren, werde ich meine Strategie auch dahingehend anpassen und sagen, okay, vor allem was Altcoins und Low Caps anbelangt, sobald das Ding 100% plus gemacht hat, werde ich meine Investitionen zu 50 oder 100% wieder raustun, dass das Risiko eines Verlustes überhaupt nicht mehr besteht. Müsst ihr natürlich nicht so machen. Also das ist so meine Strategie, die ich jetzt fahre, je nachdem, habe ich so für mich gesagt, zwischen 50 und 100%, wenn da die ersten Profite drin sind, werde ich auf jeden Fall den größten Teil abziehen, zumindest meiner Investition, der Rest bleibt natürlich drin, um die Gewinne, sage ich mal, dann noch ein bisschen zu erhöhen. Aber das ist meine Strategie, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, ich habe das jetzt einfach für mich jetzt für zukünftig entschlossen und werde dann die Gewinne, die ich vor allem dann bei Low Caps oder sowas mache, werde ich auf jeden Fall dann wieder reinvestieren, vielleicht in neue Low Caps und so. Werden wir uns auf jeden Fall jetzt eins nach dem anderen angucken. So, genug gelabert, genug Einleitung, fangen wir mit dem ersten Altcoin an und das ist Hedara. Hedara momentan bei ungefähr 0,07 Dollar Cent, wie ich jetzt die ganze Sache immer angehe und zwar, ich gehe immer auf den Daily Chart und versuche mir hier mögliche Supportpunkte reinzumalen, auch mit Daily Demand Zonen. Wir sehen hier, also es hat keinen Sinn gemacht, jetzt hier in irgendwelche Positionen hier in dieser Umgebung reinzugehen, weil wir immer wieder Voids hatten, wir hatten diesen krassen Bricks und die wurden gerne gefüllt. Deswegen habe ich mich eher so ein bisschen nach unten orientiert, sieht man auch ganz gut. Deswegen der Daily Chart, einfach um zu gucken, in der Vergangenheit hatten wir hier Probleme und man sieht hier, wir hatten hier immer, immer Widerstand, Widerstand, bis wir dann das Breakout hatten. Haben dann hier wiederum Void gebildet, dieses wurde jetzt gefüllt und somit wurde auch bei Hedara meine erste Kaufposition ausgelöst. Die war dann sogar beim Monats S1, habe ich die hingelegt, weil es einfach in perfekter Überschneidung gepasst hat, also auch hier schon deutlich im Profit. Zwar noch keine 100%, aber wenigstens im Profit und die nächste Zone, wo ich dann kaufen würde, wäre dann erst hier unten in diesem Bereich bei 0,02 Dollar Cent. Das wäre so dieser nächste Bereich, wo ich sagen würde, okay, ich vergrößere jetzt die Position wieder. Was ich vielleicht noch dazu sagen sollte, also größter Teil ist Bitcoin Ethereum, also 80%, 20% sind Altcoins bei mir jetzt dann zukünftig, habe ich jetzt so für mich entschlossen. Und Low Caps fallen da überhaupt nicht mit rein, also Low Caps ist absolutes Risikokapital, gehe ich dann aber später nochmal näher drauf ein. So, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit, sage ich mal, soll der Kurs jetzt hier dazwischen pendeln? Gar nichts. Für mich ist das dann eine No Trade Area, also keine Spotkäufe werde ich hier tätigen, ich werde erst hier unten dann wirklich neue Spotkäufe tätigen, weil das einfach dann dieser Zone entspricht im Endeffekt. Ich habe mir jetzt hier eine starke Support Zone rausgesucht, passt alles. Sollten wir jetzt noch tiefer in diese Zone reingehen, werde ich vielleicht hier am unteren Ende nochmal ein bisschen nachkaufen. Aber alles, was dazwischen ist, also ich sage jetzt mal, alles, was unter 0,05 Dollar Cent ist, werde ich nicht anrühren. Das heißt, solange wir hier dann unten ein bisschen rumkonsolidieren, sage ich mal, hier in diesem Bereich, die ganze Zeit werde ich nichts kaufen, erst wenn wir hier unten in die nächste Zone kommen und dies bei 3 Dollar Cent. So, so fahre ich meine Strategie und dann müssen wir einfach mal schauen, wie sich das weiter, aber das ist jetzt meine Strategie, so fahre ich. So, jetzt kommen wir zum nächsten Coin. XRP war ich lange nicht investiert, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, also ich war lange kein XRP Fan. Jetzt, im jetzigen Marktumfeld muss man aber sagen, die stellen Leute ein, im Gegensatz zu Crypto.com, ich glaube, Binance hat auch Leute entlassen. Ich weiß es gar nicht mal, ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber auf jeden Fall viele, viele Projekte oder sonstige Börsen entlassen Leute. XRP stellt Leute ein und sucht auch immer mehr Leute. Auch hier haben wir meinen ersten Einstieg getroffen auf dem Daily Chat. Ihr seht es ganz unten, die Zone ging bis ungefähr 0,28 Dollar und hat angefangen bei 0,32 Dollar. Auch hier lege ich mir meistens drei Einstiege kurz vor dieser Zone, inmitten der Zone und relativ am Ende. Hier war natürlich noch der S1, deswegen legt man das immer noch ein bisschen davor. Also auch hier wurden alle drei Zonen auf jeden Fall getroffen. Gutes Zeichen. Die nächste Zone, um das jetzt mal hier live einzuzeichnen, wäre dann wirklich erst hier relativ weit unten, sage ich mal hier bei 0,18 Dollar, weil wir dann hier so die nächste Support Zone dann erst hätten. Das wäre dann die Zone, auch hier gilt dazwischen absolute No-Spot-Kauf-Area für mich. Ich würde dann erst wirklich hier unten wieder weiter einkaufen und so funktioniert dann auch im Endeffekt bei mir die Strategie. Also dazwischen macht es einfach keinen Sinn. Ihr seht hier immer wieder diese rasanten Pumps, das sind einfach Voids. Das heißt, ja wir könnten dann hier und dann gehen wir doch nochmal tiefer und dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir uns dann eher noch so einen kleinen Brick hier unten abholen. Und deswegen die nächste Trade Area, beziehungsweise die nächste Spot-Kauf-Area ist dann erst hier weiter unten, sollten wir überhaupt hier überhaupt noch nach unten hingehen kommen. So, dann haben wir hier Dara, wir haben XRP, der dritte Coin ist VeChain. VeChain, auch ein Coin, sage ich mal, der deutlich, deutlich gelitten hat. Ich glaube sogar mindestens, ich glaube knapp 90% von seinem All-Time-Mai raus. Auch hier die erste Kaufzone getroffen mittlerweile, auch wenn es nur knapp war. Also da habe ich selber ein bisschen Schwein gehabt, dass er die Order hier ausgelöst hat. Hintergrund war dessen, wir hatten hier einen Riesenvoid, wir hatten hier zwar ein bisschen Konsolidierungsphase, aber wer die Videos verfolgt immer, wir hatten hier diesen krassen Wig. So, diese Wigs werden früher oder später gerne gefüllt, das sage ich immer wieder gerne dazu. Deswegen Kauforder unter diesem Wig gelegt. Da habe ich, gut, da habe ich meine Zone, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen, also ich hatte zwei Orders. Einerseits unter diesem Wig minimal und dann noch in dieser Zone, also der, dass der in der Zone abgeholt wurde, war jetzt echt Glück gehabt. Aber wir hatten hier drüben auch noch einen Wig, der jetzt natürlich auch gefüllt wurde. Also, so. Die nächste Zone, man sieht es hier auch ganz gut, wenn wir jetzt die Zone so ein bisschen weiter legen, sehen wir auch hier drüben. Widerstand, Widerstand. Hier dann erst Widerstand, der dann zu Support wurde. Deswegen habe ich mir hier auch die ersten Kauforders für einen potenziellen Bärenmarkt gelegt. Die nächste Kaufzone wäre dann erst hier unten wieder. Ziehen wir jetzt auch mal hier live, damit ihr das seht. Einfach aufgrund dessen, ihr seht hier drüben, wir hatten hier Widerstand durch diesen Wig und dann hier immer wieder Support, Support, Support. Deswegen wäre für mich der nächste Kaufbereich hier bei, was haben wir denn hier, 0,0105 US-Dollar-Cent. Und der würde dann aber auch gehen bis 0,074. Das heißt, auch hier drei Orders reingelegt, kurz davor, in der Mitte und dann nochmal deutlich, also knapp vor dem Ende. Wären drei Kaufpositionen, dann würden dann Kaufpositionen ausgelöst. Die Orders liegen auch da unten drin. Wenn die nicht ausgelöst werden, dann ist es so. Dann werde ich mich erst dann wirklich, wenn wirklich der Bärenmarkt vorbei ist, wirklich nach neuen Positionen aussuchen. Und dann gucken, dass ich wirklich in Korrekturen da nochmal ein bisschen nachkaufe. Aber die Positionen liegen da unten drin für Spotkäufe. Und dann schauen wir einfach mal, was draus geworden ist. Ich bin jetzt auf jeden Fall im Markt mit zwei Positionen. Einmal unter diesem Wig und einmal in dieser grünen Kaufzone mittlerweile. So, dann kommt Cardano. Also nur mal zum Beispiel, also Bitcoin, Ethereum kommt jetzt nicht in dieses Video rein, weil das ist klar, die laufen sowieso auf Sparplan. Also möchte ich nur nochmal dazu sagen, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Cardano ist ein beschissener Chart, sage ich ganz ehrlich. Hätte ich vielleicht einen anderen raussuchen müssen, aber das ist der, wo ich gespeichert habe. Cardano bin ich schon des Längeren investiert, war einer der Altcoins, die ich bei 1 Dollar schon akkumuliert habe, dann nicht mehr verkauft habe. Also Cardano muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sogar ordentlich im Minus, momentan noch. Habe aber auch mittlerweile meinen Entry deutlich, deutlich weiter runter bekommen. Auch aufgrund dessen, dass ich hier unten jetzt nachgekauft habe in dieser 0,50 Dollar Region mittlerweile, in dieser Konsolidierungsphase. Also hier habe ich momentan überhaupt keine Kaufzone. Cardano bin ich sogar am überlegen, ob ich auf Sparplan einfach ein bisschen laufen lasse. Aber hier momentan keine Zone, ist aber im Portfolio. Deswegen habe ich es jetzt einfach mit in das Video gepackt. So, Polkadot, auch Kaufzone getroffen. Sogar, ne, eine bis jetzt nur, sieht man hier ganz gut. Also wartet, ziehen wir nochmal ein bisschen weiter rüber. Also, einerseits diese Kaufzone, weil wir hier ein Void hatten. Wir hatten hier diesen Wig, wo wir schon mal dicken Support hatten. Jetzt ziehen wir das mal nochmal ganz rüber. Dann seht ihr auch hier, hier hatten wir Widerstand. Gut, das kann man noch ein bisschen minimal weiter runterziehen. Wir hatten hier Widerstand. Wir hatten dann hier den ersten Support. Deswegen habe ich auch hier die erste Kauforder reingesetzt in diesem Bereich. So, jetzt haben wir hier drunter noch ein Void. Da habe ich die Kaufzone aber ein bisschen falsch sogar eingezeichnet. Das machen wir nochmal ein bisschen anders. So, jetzt seht ihr hier in diesem Bereich. Hatten wir hier Widerstand. Wir hatten hier Widerstand. Plus, wir haben hier ein Void. Heißt, die Chance, dass wir hier wirklich nochmal in diesem Bereich zwischen 6,10 Dollar und 5 Dollar, ich sage jetzt mal 50 ungefähr, hier runter nochmal kommen, ist sogar noch relativ hoch jetzt in diesem Bärenmarkt. Je nachdem, wie lange der Bärenmarkt noch geht etc. Die wurden noch nicht abgeholt. Gut, wir haben hier nicht mal den S1 erreicht. Jetzt müssen wir sowieso dann neuer Monat dann gucken, wo die neuen Widerstände sind. Vielleicht ist er ja dann sogar hier genau in diesem Bereich. Dann halte ich es sogar sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal runterkommen. Wie gesagt, die ersten Kauforders wurden jetzt im Bereich der 7,13 Dollar bis ungefähr 7,72 Dollar ausgelöst. Der Rest liegt dann hier unten bereit, wie ich gerade gesagt habe, 6,10 Dollar bis ungefähr 5,20 Dollar. Da liegen dann die nächsten drei Kaufpositionen. Sollten wir da hinkommen, gut für mich, besserer Entry. Sollten wir hier nicht hinkommen, bin ich auf jeden Fall im Markt aufgrund dieser Kaufzone. So, Polkadot sowieso, habe ich ja schon des Öfteren im letzten Bullenmarkt im Endeffekt gesagt, war ich relativ enttäuscht, dass da nicht mehr passiert ist. Aber gut, ich glaube an das Projekt. Deswegen auch der Grund, warum ich weiterhin hier investiert bin, beziehungsweise auch weiter nachlegen werde. Wir sind in einem klaren Downtrend, muss man einfach dazu sagen. Aber gut, wir sind einfach auch in einem Bärenmarkt. Wobei man jetzt auch sagen muss, okay, wir haben diese Downtrend-Linie von unserem Alltime High jetzt endlich mal durchbrochen. Daily E-Mail-Ribbons trotzdem noch Widerstand. Aber das ist so ein langfristiges Projekt. Das läuft viel auf Polkadot. Das kommt auch immer mehr auf Polkadot. Deswegen auch weiterhin ein Produkt, wo ich sage, okay, da investiere ich rein. So, nächstes, Uniswap. Auch ein Coin, wo ich sage, okay, ich diversifiziere ein bisschen. Also ich versuche überall in verschiedene, sag ich mal, Projekte zu investieren, die auch verschiedene Use Cases haben. Ich meine, Uniswap ist sowas wie SushiSwap und sowas, wisst ihr ja alle. Dass ich auch versuche, okay, aus jedem Bereich, sag ich mal, einen Coin zu haben oder vielleicht sogar zwei. Momentan ist es bei mir nur Uniswap. Ich bin aber auch wirklich noch am Überlegen, SushiSwap noch mit reinzunehmen. Wobei ich auch noch warte, dass, wie heißt es, ein Crowdswap rauskommt auf irgendwelchen Börsen und mich da auch dann nochmal mit eindecke. Also das ist auch so, Crowdswap ist dann auch eher so ein Low-Cap-Coin. Den können wir dann vielleicht die nächsten Wochen, Monate, vielleicht ist da irgendwann mal ein Börsenlisting angetan. Vielleicht mal CryptoJ anschreiben oder sonst was. Ja, auf jeden Fall Uniswap, ein Coin, den ich auch ins Portfolio gepackt habe, einfach um es ein bisschen zu diversifizieren. Auch hier sieht man auch, hier gab es im Endeffekt nur eine wirkliche Kaufzone. In der haben wir uns jetzt schon mehrmals aufgehalten. Wir haben den Wig gefüllt. Sehr, sehr gutes Zeichen. Den mache ich jetzt mal weg, damit man es ein bisschen besser sieht. Der wurde auf jeden Fall gefüllt. Sieht man auch hier mit dem Monats-S1. Also auch hier wurden mehrere Kauf-Orders ausgelöst. Ansonsten hat es keinen Sinn gemacht. Ihr seht hier überall diese ganzen Voids. Es war relativ klar, dass wir einfach in einem Downtrend sind. Die Voids werden gefüllt. Den Wig jetzt mal vorgelassen. Das ist eher so ein Scam-Wig. Und deswegen grüne Kaufbox. Die wir jetzt aber auch noch nicht massig nach oben hin verlassen haben. Also wir können es jetzt mal ziehen. Momentan sind es 27% im Plus. Da hat Uniswap sogar noch deutlich Aufholbedarf im Gegensatz zu anderen Altcoins. Also ja, aber andere Kaufzonen gibt es jetzt auch für mich hier nicht mehr. Das wäre dann wirklich hier in, wirklich das aller Low, sage ich mal, bei ungefähr 1,74 Dollar. Aber gut, Kaufzone getroffen. Ich bin zufrieden. 27% Profit momentan. Und ja, genau. Nächster ist dann Chainlink. Chainlink auch auf meiner Liste. Auch wenn ich hier auch deutlich enttäuscht war, obwohl wir hier einen langen, langen Bullrun im Endeffekt hatten. Immer schön diese Abtrendlinie gelaufen sind. Auch hier erste Zone getroffen. Warum? Wig hier. Wig hier. Void. Also Ineffizienz im Markt hier. Und dann seht ihr hier drüben. Widerstand, 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 Widerstand. Dann kam der Breakout mit vielen Voids. Diesen haben wir jetzt mittlerweile gefüllt. Also auch zweimal sind wir hier in diese Kaufzone reingekommen. Alles gut gegangen. Die nächste Kaufzone wäre dann hier wirklich erst viel, viel weiter unten. Bei ungefähr knapp, ja doch, 3 Dollar wäre die nächste Kaufzone. Ich bin eingestiegen bei ungefähr 5,67 Dollar bis ungefähr 5,87 Dollar. Je nachdem kann es natürlich sein, dass wir hier wirklich nochmal in alle diese Bereiche, die wir jetzt besprechen, wirklich nochmal reinkommen. Halte ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich für ausgeschlossen, weil wir uns halt einfach in dem Bärenmarkt befinden. Deswegen, ja, die Zone könnt ihr euch gerne einzeichnen. Also im Endeffekt, ich gehe hier wirklich nur nach Support, Voids und ehemaligen Widerständen und so. Das sieht man auch hier unten. Hier unten haben wir nämlich auch noch einen Void. Darauf resultiert dann auch hier diese Supportzone. So, dann Litecoin. Litecoin macht sowieso momentan so seinen eigenen Bullrun, sage ich mal. Also macht so sein eigenes Ding, sage ich jetzt einfach mal so. Auch hier, sage ich mal, haben wir auf jeden Fall noch Potenzial. Muss ich aber dazu sagen, das Ding läuft auf Sparplan. Wobei wir auch hier schon die ersten Supportzonen getroffen haben. Sieht man hier jetzt ganz gut. Warte mal, ich zeichne das mal hier ein von hier drüben. In diesem Bereich hatten wir wirklich viel, viel Trading Area, Support, Support, Support. Dann Widerstand, Bullrun, in Anführungszeichen dann wieder Support. Viel, viel Konsolidierung hier, bevor der Bullrun gestartet ist. Deswegen auch hier, erste Kaufzone war im Bereich der zwischen 49 und 40 US-Dollar. Das sind große Spannen, muss man echt dazu sagen. Aber es macht keinen Sinn, genau auf einen Dollar eine Order zu setzen. Vor allem, wenn du langfristig denkst, macht es einfach keinen Sinn, wirklich auf einen Dollar genau hier eine Order reinzusetzen. Sondern man sucht sich Zonen raus, indem man dann seine Orders splittet. Und dann, dass man auch einen guten DCA-Einstieg kriegt. So, der nächste Bereich wäre dann erst zwischen 20 und 30 US-Dollar, wo ich dann Litecoin nachkaufen würde. So, dann, was haben wir noch? Shiba, Shiba muss ich dazu sagen, bin ich noch nicht investiert. War auch, ganz ehrlich, das war ein Fehler von mir. Also die Kaufzone wurde erreicht. Die haben wir auch sogar im Livestream letzte Woche noch besprochen. Oder diese Woche. Ja, das war dumm. Das war mein eigener Fehler. Also ich erhoffe mir jetzt, ganz ehrlich, dass wir hier wirklich nochmal in diese Zone reinkommen. Ansonsten muss ich mir wirklich überlegen, wie ich hier DCA dann betreibe. Ob ich hier DCA betreibe überhaupt oder ob ich Shiba einfach links liegen lasse. Aber Shiba und Doge sind auch solche Coins, wo ich sage, okay, zur Diversifikation für ein Portfolio ist es vielleicht nicht verkehrt, auch so ein paar Shitcoins, also in Anführungszeichen Shitcoins, drin zu haben einfach. Aber da habe ich es ganz ehrlich, habe ich verfehlt, einfach hier nachzukaufen bzw. erstmal einzusteigen in Shiba. Aber gut, vielleicht kommt noch mal eine Möglichkeit. Werden wir dann auf jeden Fall schauen. Aber hier unten, diese Supportbox ist eigentlich leicht erkenntlich. Viel, viel Recovery hier unten. Dann der enorme Pump, der wurde aufgefüllt. Ja, das war eigener Fehler. Also auch mir mit solchen Zonen passieren natürlich solche Fehler. So. Phantom. Auch ein Coin, den ich auf jeden Fall im Blick habe, dieses Jahr oder die nächsten Jahre. Je nachdem, wie lange halt der Bärenmarkt anhält. Auch hier. Erste Kaufzone hier getroffen. Sieht man ganz gut. Widerstand, Widerstand. Wir haben alle Voids gefüllt. Gutes Zeichen. War dann kurzzeitig ordentlich im Minus, sage ich mal, ich glaube so 20, 30 Prozent. Es hat sich jetzt aber mittlerweile ins Plus gewandelt, weil wir die erste Kaufzone mittlerweile nach oben hin verlassen haben. Die zweite wäre dann wirklich erst hier bei 0,17 Dollar bis ungefähr 0,15 Dollar. Das wäre der nächste Kaufkurs dann für mich. Aber momentan sind wir sogar noch gar nicht so weit weg von meiner ehemaligen Kaufzone. Also hält sich alles noch in Grenzen. Aber das muss man dann natürlich aussacken. Also ich habe mir die Zonen gemacht. Da muss man halt jetzt schweren Herzens durch den Bärenmarkt gehen, sage ich jetzt mal. Kann natürlich auch ordentlich hier ins Minus gehen. Aber gut. Damit muss man dann leben. Aber um sich einfach Kaufzeitpunkte rauszusuchen, finde ich eigentlich so die Strategie meines Erachtens relativ am besten. So. Mana. Wir steigen kurz ins Metaverse ein. Auch ein Coin. Wo die ersten Orders ausgelöst wurden. Hier in diesem Bereich, weil wir hier viel, viel Tradingvolumen hatten, bevor dann dieser enorme Pump nach oben hin begonnen hat. Deswegen auch hier. Erster Kaufzeitpunkt. Der zweite befindet sich dann erst bei 0,43 bis ungefähr 0,37 aufgrund diesen Widerständen hier drüben, die wir im Februar 2021 hatten. Und diesen Support, den wir dann im Juni 2021 auch nochmal hatten. Daraufhin gehend werden die nächsten Orders dann hier unten ausgelöst. Ich bin schon im Markt. Deswegen nächste Kauforders dann wirklich erst weiter unten, um seinen DCA bzw. um seinen Durchschnitt einfach besser noch nach unten zu schieben. So. Dann. Cardena. Wo haben wir einen Cardena? Muss ich jetzt selber mal gucken, wo der ist. Cardena wurde ja auch, glaube ich, als Polkadot-Killer oder so teilweise mal dargestellt. Glaube ich zumindest, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Cardena auf jeden Fall auch ein Coin, den ich mir ins Portfolio gepackt habe. So, wo haben wir es denn? So. Auch hier erste Kaufzone getroffen. Man sieht es hier. Durch diesen WIG, durch diesen Support wurden zwei, drei Orders gegriffen. Wir sehen auch hier gerade momentan noch einen Ascending Triangle, by the way, wo vielleicht nach oben hin ausbrechen könnte, auch wenn das Volumen fallend ist. Aber auch hier der erste Support getroffen. Der nächste Support, zeichnen wir jetzt auch mal hier live ein, wäre dann hier dieses nächste Void, wo gefüllt werden könnte im Bereich der genau einen Dollar. Bei solchen psychologischen Marken von einen Dollar oder zwei Dollar, je nachdem, immer so fixe Zahlen, würde ich ganz ehrlich einen Entry immer noch ein bisschen minimal höher setzen. Einfach aufgrund dessen, dass, glaube ich, zu viel Support dann bei einem Dollar genau reinkommt. Nur mal so als kleiner Tipp, aber das wäre die nächste Zone und ich halte es ganz ehrlich auch nicht ausgeschlossen, dass wir vielleicht hier wirklich nochmal hinterkommen, je nachdem, wie halt der Bärenmarkt hier noch weiter verhält. So, dann zum Schluss noch Avalanche. Ist jetzt echt nicht viel, ich glaube, das waren 10 oder 12 Coins, aber ganz ehrlich, das reicht auch. Avalanche ist der nächste Coin, der die erste Order ausgelöst hat. Hier auch Void-Füllung, also krasse Pumps, die wir hier im August 2021 hatten. Der hat hier begonnen, deswegen wurde hier die erste Kauforder ausgefüllt. Gutes Zeichen. So, die nächste Kauforder würde dann wirklich erst hier unten bei ungefähr 8,49 Dollar bis ungefähr 10,80 Dollar liegen. Einfach aufgrund diesen Supportzonen, die wir hier unten hatten, plus hier drüben ist auch nochmal so ein kleines Void. Support, 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 Support. Das heißt, hier würde dann extrem starker Support nochmal reinkommen und ich würde dann hier auch nochmal relativ groß einkaufen. Im Hinblick dessen, wir hätten dann einfach hier nochmal 40% Dump. Das heißt, ich würde mein NGV von ungefähr, ich sage jetzt mal 18 Dollar nochmal auf 14 Dollar korrigieren. Wäre zwar trotzdem, wenn wir hier unten wären, deutlich, deutlich im Minus mit 40% oder so. Aber trotzdem, du kriegst dann dadurch so deine DCA-Punkte deutlich, deutlich tiefer, also deine Durchschnittseinkäufe. Und das finde ich eigentlich wirklich, wie gesagt, das ist einfach meines Erachtens die beste Strategie. Es bringt nichts. Jetzt hier ein bisschen DCA, ach, dann kaufe ich wieder, sobald wir hier ein Prozent tiefer gehen. Deswegen macht meines Erachtens keinen Sinn, außer ihr seid hier wirklich scharf auf Sparpläne und sagt, okay, jede Woche kaufe ich jetzt, egal welchen Kurs und sowas, so wie bei Bitcoin zum Beispiel. Aber wenn ihr langfristig Altcoins müsst, müsst ihr euch auch Punkte suchen, sage ich mal, wo es überhaupt Sinn macht. Es macht keinen Sinn, hier jetzt zum Beispiel einzukaufen, weil hier drüben einfach so viele illiquide Zonen sind. Das heißt, dass wir einfach drunter dumpen können. Und dann ist im Endeffekt auch verschenktes Kapital. Also nur mal so ein bisschen als Erklärung. Deswegen Avalanche auf jeden Fall gekauft. So, kommen wir zu den Low Caps. Also ihr seht, also nicht daran wundern, hier drüben sind ein Haufen Coins noch. Ich werde auch, ich habe noch den Überlegen, Elrond mit reinzunehmen. Was haben wir denn noch hier? IOTA, ICP, vielleicht auch noch eine kleine Position. Also es sind schon noch Altcoins, die ich auf dem Schirm habe, wo ich mich aber ganz ehrlich noch nicht überwunden habe, einzusteigen. Vielleicht habe ich jetzt auch welche vergessen. Könnt auch gerne mal eure Altcoins einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich echt freuen. Was ihr so kauft, habt ihr schon gekauft, wartet ihr auf jeden Fall noch. Würde mich echt mal interessieren. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. So, jetzt zu den Low Caps. Und damit würde ich es anfangen mit sogar, weil wir jetzt gerade bei Avalanche sind, mit A0. A0 hat mich die Kryptoeule, A0 habe ich aufgrund Kryptoeule, sage ich jetzt mal, auch gekauft, nachdem er mich immer wieder genervt hat. Nee, Spaß. Aber soll ja auch Avalanche Killer sein. Deswegen habe ich mir auch ein Gegenprodukt zu Avalanche mit reingenommen. A0 hat einen guten Bullrun gehabt, bis über 3 Dollar und jetzt die Korrektur im Bärenmarkt. Wir haben aber auch hier erst einmal, sage ich mal, den Downtrend durchbrochen. Zählt für mich noch als Low Cap, weil wir hier bei 50 Millionen US Dollar Market Cap sind. Deswegen für mich einerseits noch ein Low Cap. Ihr seht die Daily Bullish Divergence, die jetzt nach oben hinbricht. Ihr könnt A0 momentan, glaube ich, nur bei Maxi kaufen. Nur mal als Tipp. Aber ich finde, der Einstiegszeitpunkt momentan alles unter 1 Dollar, hat sogar Kryptoeule gesagt, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Deswegen A0 ins Portfolio gepackt. Aber wie gesagt, hat alles, also die Projekte sind weniger investiert als jetzt in Altcoins. Einfach aufgrund dessen, du hast bei Low Caps einfach viel, viel mehr Verlustrisiko oder Potenzial, sage ich jetzt mal, dass die Produkte dann in ein, zwei Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt oder so, dass nicht mehr daran gearbeitet wird. Bei A0 wird auf jeden Fall gearbeitet, weil da auch Smart Contracts, NFTs, glaube ich, auch noch kommen sollen, etc. pp. Deswegen A0 in mein Portfolio gepackt. So, dann nächstes Produkt. Nächstes Produkt, das klingt irgendwie falsch. Nächster Altcoin ist dann LSS. So, wo haben wir das? Das hat, äh, habe ich den jetzt nicht mit reingenommen? Ne, anscheinend nicht. Da muss ich LSS doch nochmal ganz kurz reinpacken. LSS, US, D, T. So. So, da. Lossless. Cyber Security, sage ich jetzt einfach mal, haben zum Beispiel bei Solana Hack, gerne mal bei CoinMarketCap vorbeigucken, um die Produkte auch zu sehen, die Produkte, ah, die Altcoins auch zu sehen, wo ihr die kaufen könnt. Wenn zum Beispiel bei KuCoin, Gate.io, Uniswap und sowas könnt ihr zum Beispiel Lossless kaufen. MarketCap jetzt 11,5 Millionen. Wir haben es letzte Woche, also diese Woche im Stream, hat Olli uns noch gesagt, schau mal Lossless an. Haben wir drüber gesprochen. Kurz darauf habe ich dann auch Lossless gekauft, weil ich das schon echt ewig auf dem Schirm hatte, wegen eben Cyber Security. Die haben beim Solana Hack wieder, ich glaube, von den 100 Millionen, die gehackt wurden, 60 bis 80 zurückgeholt. Starkes Projekt meines Erachtens nach, wo ich jetzt, gut, war eigentlich ungeplant, hatte ich nicht auf dem Schirm, bis Olli das gesagt hat, wo halt jetzt auch schon 100% gemacht hat. Also ich werde hier jetzt vor allem schon mal meine ersten Investitionen jetzt langsam rausziehen. Das ist halt das Gute bei Low Caps im Endeffekt. Es ist ein enormes Risiko, dass ihr absolut in Total Loss geht, aber auch, dass du enorm schnell ein paar X machst. Und jetzt 11 Millionen, MarketCap finde ich nicht viel, ist immer noch, wenn das Projekt gut ist. Und ich finde Cyber Security oder auch Crypto Security, so diesen Sektor, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Habe ich mir auch noch zwei Coins im Portfolio gepackt, werden wir jetzt auch gleich noch besprechen. Aber Lossless ist so ein Coin, wo ich sage, okay, da könnte wirklich enorm viel Potenzial da sein in dem Sektor. Und deswegen auch hier für Lossless entschieden. So, dann gleiches Ding, CTK. USDT kann man bei Binance kaufen, kann man aber auch bei Bing X kaufen. Auch so ein Ding mit Cyber Security, absolut am Low. Deswegen bin ich auch hier reingestiegen. Wir können auch mal hier bei CoinMarketCap ganz kurz gucken. CTK. Einfach mal nach MarketCap sind momentan 69 Millionen, wenn ich das jetzt nicht sehe. Ja, 69 Millionen, ah, sogar noch ein bisschen höher. MarketCap zählt aber für mich alles. Ich sage jetzt mal, alles, was unter 100 Millionen ist, kann man auch als Low Cap einigermaßen durchgehen lassen. Das war aber auch eine kurzfristige Investition, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt doch ein bisschen mehr in diesen Cyber Sektor. Und dann noch NCT, auch relativ am Low, kann man bei Bing X kaufen. Link alles unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne angucken. Bing X sowieso, Bombenbörse, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. NCT, schauen wir uns auch gleich mal an, welche MarketCap dahinter steckt. Wie gesagt, auch Cyber Security. Polyswarm heißt es. Wir haben hier eine MarketCap von 26 Millionen. Kaufen, wie gesagt, gibt es genug Exchanges, wo ihr das kaufen könnt. Einfach see all markets und dann seht ihr einfach, wo ihr diesen Coin kaufen könnt. Informiert euch aber bitte grundsätzlich trotzdem nach den ganzen Projekten. Jetzt nicht blind die Dinger, wo ich jetzt kaufe, bitte nicht blind nachkaufen. So, dann Breed, DIO, könnt ihr bei Maxi kaufen, ist sowas wie, ich glaube, wie Matic. Boah, ich glaube, da muss ich mich jetzt selber mal informieren nochmal. Ich glaube, das war sowas wie Matic, bin ich aber auch schon des Längeren investiert. Habe ich jetzt aber auch nochmal nachgesetzt. Einfach, weil sich hier langsam zumindest so eine kleine Bodenbildung abzeichnen könnte. Gibt es noch keine MarketCap dazu, weil das Projekt wirklich noch sehr, sehr neu ist. Also es wurde erst im Mai diesen Jahres gelauncht. Also es gibt noch keine Daten auf CoinMarketCap. Ich muss vielleicht mal gucken bei CoinGecko. Aber trotzdem, das ist so ein Projekt, wo ich auch mal gesagt habe, okay, investieren wir mal rein. Wenn man Matic-Fan ist oder sowas, sind solche Projekte vielleicht auch nicht verkehrt. Dann Symbiosis Finance ist eigentlich so einer meiner Favorites, sage ich jetzt einfach mal. Weil das ist auf jeden Fall auch ein Gegenkandidat zu Matic mit DeFi, mit NFTs etc. pp. Ist zwar am absoluten Low, aber genau das ist der Grund, warum ich da jetzt eingestiegen bin. Also wie gesagt, Gegenkandidat zu Matic, die aber auch gute Arbeit leisten. Schauen wir uns jetzt auch mal an, was war es jetzt? Sys. Könnt ihr nur bei Bybit, glaube ich, kaufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Bybit, Gate.io, Huobi, OKX und CoinEx sogar. Also CoinEx hat es doch. 4 Millionen MarketCap, nix. Also wie gesagt, das sind alles so kleine Projekte, wo ich auch echt nicht viel Kohle reinhaue. So, die aber halt auch enormes Potenzial haben, weil es eben kleine Projekte sind. So, wie gesagt, informiert euch auf jeden Fall über die Projekte. Bei CoinMarketCap findet ihr alle Infos dazu. Dann Covesting aufgrund PrimeXBT, wegen den Vorteilen, die ihr dann beim CopyTrading habt. Habe ich ja auch schon das Video dazu gemacht. Deswegen bin ich auch in Covesting investiert. Hat auch nur 1,5 Millionen MarketCap. Also das ist auch sowas, ihr habt die Vorteile dadurch, dass ihr Gebühren spart. Ihr kriegt mehr beim CopyTrading zurück. Deswegen Covesting auch ein Coin, in den ich investiert bin. Könnt ihr bei KuCoin kaufen, momentan glaube ich nur. Aber ich glaube, KuCoin hat sowieso fast jeder. Deswegen auch hier kleiner Betrag. Werde ich aber auch mehr zum Akkumulieren dafür nehmen, um Gebühren bei PrimeXBT und sowas zu sparen. Deswegen, ich habe ihn trotzdem einfach mal ins Video reingepackt, weil es einfach zu den Low Caps, finde ich, mit reinpasst. So, dann Blocktopia. Absolut am Low, ganz ehrlich. Aber auch, ich glaube, mittlerweile noch eine MarketCap von 6 oder 800.000 US-Dollar. Bin ich auch brachial im Minus. Ich glaube, 50% oder so bin ich da locker im Minus mittlerweile. Aber gut, ich habe gesagt, okay, ich kaufe jetzt hier weiter. Minimal, also wirklich nur minimal. Low Cap halt, ja, keine Ahnung, was soll ich noch dazu sagen? Das Ding ist absolut low. Bleibt aber so, das meine ich aber so mit Low Caps. Ihr habt enorm Potenzial nach oben. Ihr habt aber auch absolutes Risiko, dass dieses Ding auf Null geht oder halt relativ weit runter. Damit muss ich leben. Dafür machen andere Projekte wie Lossless oder sowas dann wieder deutlich mehr Profite. Was ich vielleicht noch zu den Altcoins dazu sagen sollte, ist der Punkt, dass ich da relativ immer gleich investiere. Heißt, ich habe einen Betrag X, den investiere ich in jedes Produkt bis auf, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Lossless und Symbiosis Finance, also Sys, habe ich ein bisschen mehr investiert. Einfach, weil ich da ein bisschen doch eher glaube, dass diese Projekte mal durch die Decke gehen könnten. Aber wie gesagt, alles no financial advice, by the way. Und dann kommen wir eigentlich schon zum bisher letzten, wenn ich jetzt nicht irgendwas verpasst habe. Und das ist Devolution. Devolution gibt es noch keinen Chart, weil Maxi nicht bei Tradingview hinterlegt ist. Hat aber auch nur eine Market Cap von, schauen wir uns jetzt mal ganz aktuell an. Devolution, wo haben wir es denn? So, da, Devo. Könnt ihr bei Maxi kaufen, Market Cap von 744.000 US-Dollar. Könnt ihr Maxi und da die anderen Börsen da, wo ihr anguckt, könnt ihr das kaufen. Devolution bin ich auch schon ein bisschen länger investiert, bin ich zwar auch ein bisschen im Minus, aber gut, das ist langfristig. Und zwar geht da jetzt die Alpha los von dem Spiel. Erinnert extrem stark Pokémon, Digimon, wobei ich finde, die Allüren hier eher so Richtung Digimon geht. Auf jeden Fall einigermaßen cooles Spiel. Was da entstehen soll, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich kann euch auch gerne den Link dann noch irgendwie in die Telegram-Gruppe posten oder sonstiges. Aber Alpha geht jetzt live. 744.000 oder 733.000 Market Cap ist echt nicht viel meines Erachtens nach. Deswegen auch ein Produkt, wo ich sage, okay, hier investiere ich rein. Zwar absolut am Low, aber trotzdem ist einfach auch so eine Wette auf die Zukunft und ich denke, da könnte wirklich was drauf werden. Vor allem mit diesen ganzen Metaverse, mit diesen Spielen und so und Digimon, Pokémon, kennt jeder. Wenn das Spiel wirklich gut ist, why not? Ja, so viel zu den ganzen Altcoins. Ey, das Video dauert jetzt 30 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber gut, wir haben jetzt über alle Altcoins gesprochen. Wenn ihr, wie gesagt, Bock drauf habt, dass ich da viel, viel mehr noch sowas mache in der Richtung. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wie gesagt, die ganzen Links zu den ganzen Börsen, wo ihr die Coins kaufen könnt, sind alle unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mich auch ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, schaut euch die Projekte auf jeden Fall alle an, bevor ihr hier blind rein investiert. Nur weil ich das jetzt gemacht habe, ich habe mich davor schon einigermaßen reingelesen in die Projekte. Aber da wird wahrscheinlich auch im Bereich Low Caps, werde ich wahrscheinlich auch viel, viel mehr noch reingehen. Einfach, klar, es ist Risiko, aber das Potenzial ist halt auch viel, viel höher. Auch wenn nur einer von 10 durch die Decke geht und der Rest bleibt gleich oder geht 50% in Minus. Kann man, sage ich mal, damit leben. Aber wie gesagt, extrem, extremes Risiko. Ich hoffe, bei den Altcoins habe ich nicht viel vergessen. Wie gesagt, Bitcoin, Ethereum sowieso läuft auf Sparplan. Und ansonsten werde ich nach und nach wahrscheinlich mir immer mal vielleicht noch ein Altcoin mit reinpacken. So, soviel dazu. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Abonniert den Kanal. Und ja, klickt auf die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ihr wieder mal ein 31 oder 32 Minuten Video sehen wollt. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, Links alle unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich und wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Und wie immer, stay crypto. Ciao, ciao.